Hildegard Alex ist eine deutsche Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin, die in über 100 Filmen und 150 Hörspielen mitwirkte. Leben An der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin beendete sie 1962 ihre Ausbildung mit dem Diplom. Ihre Theaterkarriere führte sie unter anderem an die Volksbühne Berlin, an das Wiener Burgtheater und an das Schauspielhaus Hamburg. Alex ist eine vielschichtige Schauspielerin, die dem deutschsprachigen Publikum vor allem aus der Fernsehserie Polizeiruf 110 und der Staatsanwalt hat das Wort bekannt ist. Filmografie 1968 12 Uhr mittags kommt der Boss 1972 Der Staatsanwalt hat das Wort Der illegale Projektamt 1973 Unterm Birnbaum 1974 Der Staatsanwalt hat das Wort Das Gartenfest 1977 Polizeiruf 110 Die Abrechnung 1977 Die Verführbaren 1978 Der Staatsanwalt hat das Wort Der Kurschatten 1978 Polizeiruf 110 Die Letzte Chance 1978 Rotschlipse 1979 Der Menschenhasser 1980 Polizei Ruf 110 In einer Sekunde 1981 1988 Still Jetup und Büll 1981 Polizei Ruf 110 Der Teufel hat den Schnaps gemacht 1982 Polizei Ruf 110 Der Unfall 1982 Benno Machtgeschichten 1984 Die Schöne Kurtisane 1984 Ich liebe Viktor 1986 Der Hut des Brigadiers 1987 Die Alleinseglerin 1988 Polizei Ruf 110 Polizei Ruf 110 Der Mann im Baum 1988 Polizei Ruf 110 Flüssige Waffe 1989 Der Bruch 1990 Polizei Ruf 110 Abgründe 1999 Klemperer Ein Leben in Deutschland 2006 Polizei Ruf 110 Kleine Frau 2007 Max Minsky und ich 2014 Soko Stuttgart Die Kremprinzessin Theater 1966 Jean Anui Jean oder die Lerche Regie Hans Joachim Martens 1967 Helmut Beil Mysterium Buffo Variante für Deutschland Regie Wolfgang Pinsker 1967 Friedrich Schiller Kabale und Liebe Regie Hans Joachim Martens 1968 Arthur V. Kess Barbarossa und die Sonnenblumeninsel Regie Otto Fritz Gajat 1971 Carlo Gotzi König Hirsch Regie Benno Bessen Brigitte Superin 1973 Dennis Diderot Ramos Neffel Regie Brigitte Superin Ernst Georg Hering Helmut Straßburger 1974 Franzisco Pereira da Silva Speckhut Speckhut Regie Manfred Kage Matthias Langhoff 1974 Christoph Hein Schlötel oder was soll's Regie Manfred Kage Matthias Langhoff 1974 Istvon Irkny Katzenspiel Regie Brigitte Superin Brigitte Superin 1980 1979 Steller Regie Steller Regie Fritz Göhler 1987 1989 Unter dem Milchwald Regie Götz Fritz muchís Götz Fritz Untertitelung des ZDF, 2020